Ich bin immer so erfreut, weil er noch an mich gedacht hat, dass ich sich erinnern konnte an die gemeinsame Zeit in Stuttgart und mit dem Elan schon damals, mit demselben Elan von damals, wollen wir diese Aufgabe jetzt gemeinsam angehen und natürlich mit der Mannschaft zusammen und das ist unheimlich wichtig, dass ich den Ehrgeiz der Spieler spüre. Der letzte Titel, den ich geholt habe vor 80.000 in Alexandria, war das Confederations Cup von Afrika. Wir sind kreuz und quer durch Afrika geflogen und haben die Leute begeistert, jetzt wieder zurück in Europa. Ich denke, die Ansprache an die Spieler ist in erster Linie nicht.